Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig. Weibs. Bilder von Bitches und Queens. Mir gegenüber sitzt die Vero. Mein Name ist Stefanie. Wir sind zwei Weibsbilder und wir reden über Weibsbilder. Das heißt, Woche für Woche stellen wir uns gegenseitig eine Frauenbiografie vor, eine historische, egal welches Jahrhundert, egal welcher Kontinent, egal welcher Beruf. Ja, du hast dich da ein bisschen festgelegt. Wieso? Die eine war Übersetzerin und die andere war Piratin und Sängerin hatte ich auch jetzt schon eine. Also eigentlich bin ich schon sehr quer durch die Bank gegangen. Das stimmt. Was du das letzte Mal angedeutet hast. Dass ich Ursprünge, ja stimmt. Ja, wir erzählen uns gegenseitig die Lebensgeschichten dieser Frauen. Die eine weiß nicht, was die andere vorbereitet hat. Und am Ende dieser Biografie kommt dann unser Diskussions- und Plauderteil, der oft feministisch ist, aber nicht unbedingt. Genau. Wo wir ein Thema aufgreifen, das sich durch die Biografie davor angeboten hat und darüber diskutieren, da heutige Bezüge herstellen und uns da ein bisschen austauschen. Wunderschön. Ich hätte es nicht besser sagen können. Das steht für heute auch auf dem Programm. Das steht für heute auch auf dem Programm. Und ich würde sagen, jetzt legen wir bald mal los. Bist du bereit? Ja. Oder willst du mir noch was aus deinem Leben erzählen? Nein. Liebe Stefanie, diesmal entführe ich dich wieder ein paar Jahrhunderte zurück. Und zwar ins Osmanische Reich. Ende 16. Anfang 17. Jahrhundert. Die Bitchqueen der diesmaligen Folge fällt in die Zeit des sogenannten Sultanats der Frauen. Wirklich? Frauen im Osmanischen Reich im Vergleich zu den europäischen Monarchien hatten teils weniger Rechte, teils aber auch mehr. Männer durften bis zu drei Ehefrauen haben. Frauen nur einen Mann. Scheidung war einfach für den Mann. Und zwar hat der Mann einfach nur sagen müssen, ich scheide mich von dir dreimal hintereinander und dann warst du geschieden. Oft ist so eine Scheidung auch unabsichtlich passiert. Und sehr schnell, weil das irgendwie im Scherz gesagt wurde und die Männer dann halt anscheinend nicht damit gerechnet haben, dass das so weiter dokumentiert wurde. Davon gibt es wirklich Beweise, dass das anscheinend auch unabsichtlich passiert ist, was ich selbst nicht finde. Ich kann deinen Bezug zu einer anderen Weibsbilder-Folge herstellen. Bitte mach das doch. Bei der Trude Herr. Sie hatte ja einen Ehemann, der aus Tunesien kam und war deshalb ja auch muslimisch verheiratet und die hat sich da auch darüber geäußert, dass das ja dann total einfach wäre, sich von ihm scheiden zu lassen. Weil man muss ja nur dreimal sagen, ich scheide mich von dir. Oder ich scheide mich von dir. Ich verstoße mich von dir. Oder so hat sie es gesagt. Und dann ist es im Endeffekt doch schwieriger gewesen, den loszuwerden. Wer es noch nicht gehört hat, Folge 3, könnt ihr nachhören. Letzte Folge hast du mir einen Partnerschaftsantrag gemacht und jetzt scheide ich mich gleich wieder von dir. Das ist irgendwie gleich wieder das Totschlagargument. Moment, aber es war die schönste Woche meines Lebens. You're a liar. Ich glaub dir kein Wort. Dass dich sowas nicht schämt. Also zurück zur Scheidung im Ostmannischen Reich. Für Frauen aber war die Scheidung schwierig bis fast unmöglich. Umgekehrt dürften Frauen aber Ländereien zum Beispiel besitzen und behördliche Beschwerden einreichen. Auch von sexuellen Übergriffen. Davon gibt es heute auch Dokumentation. Was uns sagen lässt, dass der Staat irgendwie dahinter war, es zumindest zu versuchen zu ändern. Außerdem dürften Frauen arbeiten und Geld verdienen. Beispielsweise in Textilmanufakturen und beim Seidespinnen. Mit Textilien kennst du dich ja sehr gut aus. Ja. Wir beginnen unsere Geschichte wieder mal auf ungesicherten Quellen. Die vermutliche Kindheit unserer Bitchqueen wurde von einem italienischen Reisenden niedergeschrieben. Diese Schriften sind aber wohl aus historischer Sicht unverlässlich. Was Besseres habe ich aber nicht. So let's go for it. Let's go with that. Nehmen wir das. Geboren wurde sie also vermutlich um 1590 auf der griechischen Insel Tinus mit dem Namen Anastasia als Tochter eines orthodoxen Priesters. Mit etwa 15 Jahren wird sie als Sklavin an einen osmanischen Offizier aus dem heutigen Bosnien verkauft, der sie zum Palast nach Konstantinopel brachte. Das heutige ist dann wohl richtig. Sie kommt zum Palast des amtierenden Sultans Ahmed I und konvertiert dort zum Islam und wird Teil seines Harems. Der Harem ist ja laut üblich westzentraler Vorstellung das Abbild von osmanischer Erotik. Die Realität gibt uns aber ein ganz anderes Bild. Ja, dort lebten alle Frauen des Sultans zusammen, seine Verwandten, seine Ehefrauen, seine Geliebten, seine Dienerinnen. Nur hat das dort eigentlich nichts mit Lust zu tun. Für den Harem gab es 400 Zimmer, wo die Weibsbilder vor allem unterrichtet wurden. In Theologie, Mathematik, Musik, Nähen, Literatur, Sprache und Politik. Ah, cool. Kinder wurden dort großgezogen und alles wurde von Eunuchum bewacht. Ein- und ausgehen durfte lediglich der Sultan. Es war ein hochpolitischer Ort, der auch einen Nährboden für Liebe und Intrige gab. Ah ja, das kann ich mir vorstellen. Spitze der gesellschaftlichen Pyramide im Harem war die Mutter des Sultans, die Validee Sultan. Mama. Die Mama. Sie beschloss, wer wann zu wem ins Zimmer durfte. Die nun muslimische Konkubine Anastasia erhält dort den Namen Mapeke. Was so viel bedeutet wie mondgesichtig. Das ist aber auch nicht nett. Naja, also damals war das ein Kompliment ihrer Schönheit. Heute kann es auch eher eine Beleidigung sein. Ja, so was irgendwie so auf ein breites, rundes Gesicht anspielen soll. Schau, da kommt das Mondgesicht. Ja, Punkte, Punkte, Striche, Striche. Aber damals war das eher als Kompliment gemeint. Okay. So ändern sich die Zeiten. So ändern sich die Zeiten, ja. Ihr Sultan Ahmed nannte sie Kösem, was auf ihren Charakter anspielt. Frei übersetzt angeblich so etwas wie Anführerin, frei, unabhängig. Aha. Zum Sultan Ahmed kann man vielleicht noch erwähnen, dass bei ihm eine Besonderheit auftrat, zu der Zeit, als er Sultan wurde. Um zum sultanischen Thronfolger in der Dynastie zu werden, muss man im Osmanischen Reich nämlich nicht so, wie es in christlich-europäischen Monarchien üblich war, der erstgeborene Sohn der Ehefrau sein. Jeder Sohn des Sultans von jeder Frau, die er besahmt hat, hatte Anrecht darauf. Also es musste nur sein Erstgeborener sein. Auch kein Erstgeborener. Also es musste einfach nur ein Kind von ihm, ein Sohn, ein männliches Wesen seiner Lenden sein. Und wie hat sich das dann herauskristallisiert? Welcher von den vermutlich dann unzähligen Söhnen? Ja, naja, das ist es ja, weil es war mehr oder minder so eine Art Survival of the fittest. Ah ja. Also so darwinistisches System, Ellbogentechnik. Also es war eine höchst gefährliche Situation, weil vor allem natürlich, wie du gerade richtig erraten hast, Ellbogentechnik. Und die Mütter der Söhne wollen eben, dass auch unbedingt der ihrige Sohn der Sultan wird. Macht auch Sinn. Und eben auch die Unterstützer aus dem Militär, von den Großvisieren, vom Gefolge, alle arbeiten darauf hin, dass ihr eigener Favorit an die Macht kommen soll. Das heißt, es war durchaus üblich, dass wenn ein Sultan dann an die Macht kam, dass er seine Brüder umbringen ließ, damit die ihn nicht stürzen können. Okay. Beziehungsweise teils auch im Vorhinein natürlich, dass irgendwie, also das, da hat man sich einfach gegenseitig abgemetzelt. Na sehr was. Einer der dahingehend berüchtigt notorischsten Sultane war zum Beispiel Mehmet der Dritte, der angeblich 27 seiner Brüder im Kindesalter umbringen hat lassen. Oh wow. Auch vom Sultan schwangere Frauen wurden mitunter ermordet. Ah. Ja, es ist schwierig, weil es kommt natürlich bei der Bevölkerung nicht ganz so geil an, imagemäßig, dass wenn du deine Family halt jetzt umbringst. Aber politisch gesehen wurde es anscheinend irgendwie auch so eingeordnet, dass wenn du unter Anführungszeichen nur ein paar deiner Thronfolger umbringst, vermeidest du vielleicht irgendwie Bürgerkriege, Aufstände und rettest vielleicht damit 10.000 andere Menschen des Volkes. Ja, das stimmt natürlich, wenn es da irgendwie einen Putsch gibt oder so und das irgendwie um sich greift. Es ist schwierig irgendwie. Das ist eigentlich eine höchst philosophische Frage. Würdest du eines deiner Geschwister töten und damit eventuell 10.000 andere Menschen retten? Ja. Also man will nicht unbedingt in der Situation, in der Haut stecken. Gut, aber die wurden ja auch anders dann wahrscheinlich schon in diesen Kampf hineingeboren und da drin irgendwie aufgezogen, dass irgendwie die Geschwister nicht Familie, sondern Konkurrent sind. Ja, ich glaube als Kind checkst du das noch gar nicht so, weil da gibt es halt dann einen Sultan und oder beziehungsweise je nachdem, wie deine Mutter halt mit Intrigant umgegangen ist oder ob die Ansichten oder überhaupt eine Aussicht darauf hatte, da selbst mal die Sultans Mutter zu werden. Ja, natürlich wurdest du auch in einem anderen Umfeld reingeboren, da hast du schon nicht Unrecht. Aber im Endeffekt wahrscheinlich, selbst wenn du gar nicht so Bock drauf hast, Sultan zu werden oder als Mutter nicht so Bock drauf hast, dass dein Kind Sultan wird, musst du dich wahrscheinlich da trotzdem darum bemühen, weil sonst wird er einfach trotzdem umgebracht, wenn es ein anderer wird. Das stimmt, eben. Oder kann man dann sagen so, okay, nein, ich lasse mich in Ruhe, ich fühle mich ganz zurück. Vielleicht wenn du mich stützt oder so, aber ja, es gibt dann natürlich auch so in den Rücken und also Hinterrucks und ja, also es ist nicht so einfach. Würdest du ein Familienmitglied umbringen, Stefanie, um damit andere Leute zu retten? Nein, natürlich nicht. Würde alle anderen sterben lassen. Also du möchtest, gut, ja. People are the worst. Der schätze ich für mich ja keine Traut. Na, diese Entscheidung möchte man wirklich nicht treffen. Ja, das wollte ich dich jetzt eigentlich auch gar nicht fragen, aber es ist spannend, was sich so manchmal ergibt in diesen Podcast-Folgen. Abgründe tun sich auf. Abgründe tun sich auf, ja. Zurück zu Ahmed, der Sultan, bei dem das jetzt eben, wie gesagt, alles ein bisschen anders ist. Der war nämlich erst 13, als er zum Sultan wurde und der Brudermord war nun auch schon verboten. Also Ahmed hat einen Bruder, der heißt Mustafa und wächst wie nun üblich, wegen des Verbots des Brudermords, in Isolation auf, im goldenen Käfig. Also das war dann die Lösung, die man dafür hatte, dass man die Geschwister einfach getrennt voneinander auf erzogen hat. Mustafa leidet übrigens auch an einer geistigen Beeinträchtigung. Darauf komme ich später nochmal zurück. Als Kösem in den Harem von Ahmed kommt, hat dieser schon eine Lieblingskonkubine, also eine Mistress. Und die hat dann auch schon drei Söhne vom Ahmed. Aber er ist irgendwie eben auch hin und weg von der Köse. Ja, eine schöne Frau. Und die zwei Frauen verstehen sich übrigens großartig. Mein Scherz. Das wäre doch mal eine nette Wendung gewesen. Unterstützen sich gegenseitig. Nein, aber... Halten zusammen. Die Reaktion war jetzt aber trotzdem schön. Ja, nein, natürlich nicht. Die waren obviously befeindet miteinander. Aber ein Sohn von dieser Mistress, der hieß Osman, der versteht sich eigentlich recht gut mit der quasi Stiefmutter. Letztlich wurde aber doch die Kösem zum Liebling von Ahmed, ob ihrer Schönheit und ihrer Intelligenz. Und die andere Mistress musste umziehen in den alten Palast, wo sie dann übrigens auch den Rest ihres Lebens verbrachte. Wow, wow, wow. Kösem war 13 Mal schwanger, gebar vier Töchter und fünf Söhne. Die anderen verstarben infantil. Merken musst du dir aber nur zwei, den Ibrahim und den Nurad. Das sind die zwei wichtigsten Söhne von der... Oder für diese Geschichte wichtigsten Söhne von Kösem. Sie hat sich aus Ahmeds politischen Affären zwar zurückgehalten, hat aber jedes Mal ihren eigenen Senf abgegeben, dazugegeben. Vor allem, wenn er sie darum gebeten hat und war auch eine Bombenberaterin und Fadenzieherin, was ihrer Beziehung in dem Fall ziemlich geholfen hat. Na, geh auf. Du merkst oder du hast es schon bemerkt, es geht ziemlich wild zu im Sultanspalast, Liebe und Intrige. Es kommt deiner Telenovela-Folge auch irgendwie nah, finde ich, mit dieser Liebe und Intrige-Stichten. Ja, ich habe auch schon an diese Folge denken müssen auch. Ja, witzigerweise gibt es zu Kösems Leben wirklich eine Seifenoper in der Türkei. Ja, ach geil. Ja, also die Serie ist mit englischen Untertiteln auch auf YouTube zu finden. Hast du reingeschaut? Ich habe mir die erste Folge gegeben. Ach geil. Magnificent Century Kösem heißt sie übersetzt. Also ich glaube, Magnificent Century, bitte falls jemand diese Serie kennt, bessert mich gerne aus oder berichtigt mich gerne. Aber ich glaube, dass es eben da auch schon andere Sultansgeschichten schon im Vorhinein gegeben hat und diese Magnificent Century Kösem, also die Geschichte, die ihr Leben beleuchtet, ist jetzt quasi eine eigene Staffel oder ein eigener Auszug daraus. Ja, das ist die erste Folge, dauert zwei Stunden. Oh Gott, das Telenovela-Format ist doch so 30 Minuten. Ja, ich weiß auch nicht, es wäre auch spannend rauszufinden, vielleicht kennen wir ja jemanden oder vielleicht haben wir HörerInnen dabei, die öfter mal türkisches Fernsehen schauen und die können uns dann erzählen, ob das normal ist, also ob das irgendwie so der Normalzustand im türkischen Fernsehen ist. Oder ob das so die Pilotfolge war. Genau, oder ob das vielleicht nur bei den anderen Folgen hätte ich reinschauen können. Aber ich glaube, es kam mir irgendwie vom Erzählstil insofern deswegen auch so lange vor, weil da ganz viele so Slowmotion weglaufen und so, nein! Aber es ist doch auch historisch gemacht mit historischen Kostümen? Es ist eine historische Seifenoper. Ich weiß, was ich mir heute Abend zum Einschlafen anschauen werde. Ja, es ist spannend irgendwie. Da wird das mitgenutzt, dass sie eben von einem orthodoxen Priester aus einer griechischen Inselfamilie wegkommt und ja, gegen Mitte, Ende der Folge ihren Achmed endlich kennenlernt. Und es sind natürlich lauter wunderschöne Menschen und echt Weißzeichner drüber. Und ja, es ist spannend. Ich finde auch vor allem die anfangs epische Musik, es hat was leicht Game of Thrones-mäßiges. Also wenn du so auf historische Liebe und Intrige stehst und dann gleichzeitig das irgendwie mit, ja, eben mit so Seifenoper gemischt und voller Kitsch und so, dann ist das wahrscheinlich die Serie für dich. Okay, super. Na, ich habe mir auch gerade gedacht, vielleicht gibt es da auch ein Titellied für unsere Playlist. Ja, das ist eine gute Idee. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ich muss schauen, wenn ich sie auf Spotify finde, dann werde ich das auf jeden Fall auf unsere neue Playlist draufschmeißen. Yes. Yes. Aber was ich da als Funfact eben noch mit rausgefunden habe, ist, da gibt es eben auch einen kurzen Moment, wo sie noch nicht ganz in Konstantinopel ist oder sind. Und da gibt es einen jungen Mann und der hilft dir und rettet sie halt vor anderen Männern, die mit Schwerten nachrennen und bla. Ja. Und der Typ sagt dann übrigens, sie fragt ihn, wer bist du? Und er sagt, ja, mein Name ist Andro und ich komme aus Graz. Ich bin Österreicher. Da habe ich lachen müssen, als ich das gesehen habe. Und dann so gefühlte fünf Minuten später erklärt er dann, ach so, mein Name ist gar nicht Andro. Ich heiße eigentlich Alexander. Also du merkst halt schon so anteasernmäßig, dass der auch noch irgendwie eine Rolle spielen wird. Ah ja, okay. Ein Grazer. Ein Grazer. Ja. Alle mit perfekt geföhnten Frisuren und so. So sind sie, die Grazer. Ui. Gut, also back to real life. Jetzt kommt ein Story-Twist. Sultan Ahmed stirbt. Der nächste Sultan in der Reihe ist dann sein Bruder, der Mustafa. Du erinnerst dich. Er ist geistig beeinträchtigt und lebte bislang in Isolation. Während Mustafa regierte, musste Kösem den Palast verlassen, samt Kind und Kegel, wegen der ganzen Intrigen im Harem. Aber Mustafa regiert nicht wirklich, also ist nicht wirklich imstande, den Staat, das Osmanische Reich zu leiten. Und so wird er nach drei Monaten Regierungszeit gestürzt, aber nicht umgebracht. Der nächste, der dran ist, ist jetzt, also der nächste, der jetzt Sultan wird, ist jetzt der Osman. Weißt du noch, wer das ist? Der Osman ist der Sohn der Konkurrentin, der sich aber ganz gut mit unserer Bitch Queen verstanden hat. Du hast super toll aufgepasst. Hier ist Geschichtseinzer. Ja genau, also der hatte eben, wie gesagt, eine ganz gute Beziehung zu Kösem, aber eben wegen dieser ganzen Intrigen da im Harem will er jetzt auch Menschen töten. Ich lasse es mal so stehen. Also Menschen töten, die ihm gefährlich werden könnten. Weißt du, was ich meine? Ja. Anyway, er wird selbst gestürzt und der Mustafa sitzt wieder am Thron. Danke. Aber die Mutter vom Osman, die wird jetzt im Schatten so still und heimlich und leise Feinde gegen Kösems Söhne basteln. Oder, also die ist sauer. Ja. Ein anderer Typ, der die Söhne tot sehen will, das ist ein Berater von Mustafa, der versucht auch einen Mord am Murad. Weißt du noch, wer der Murad ist? Einer ihrer Söhne. Genau, also schickt so einen Assassinen, einen Vollstrecker, zum Bett vom Murad. Last minute kommt dann aber ein treuer Diener von Kösem zu Hilfe und rettet ihn. Ah, schön. Aber man kann sich vorstellen, wie die Kösem jetzt beieinander ist. Das wird irgendwie alles sehr viel. She's Mord lüstern. Herself. Ja. Sie managt das jetzt, dass die Leute, die sich an ihren Söhnen vergehen wollten, umgebracht werden. Und der Mustafa, der ja, also der Bruder von Ahmed war, wird jetzt wieder in Isolation gesetzt und dort bleibt er dann auch den Rest seines Lebens. Aber sie bringt rechts und links jetzt alle Leute um, die irgendwie noch ihrer Familie schaden könnten. Ja. Weil es sind jetzt quasi auch nur noch die zwei, also sie hat noch zwei Söhne übrig. Sie hat die Töchter, die natürlich nicht irgendwie ins Sultanat kommen können, aber die anderen sind jetzt auch schon, also es ist ganz viel passiert schon mehr oder weniger. Sie ist fix und fertig und jetzt rächt sie sich und sagt, I'm done with this shit. Also Mord lüstern ja, aber nur eben in die Richtung Sultanspalast. Das soll heißen, sie hat laut ihrer selbst die Regierung mit Milch und Gift betrieben. Also sie sagt, ich habe mich dazu entschieden, mein Gift in den Palast zu speien und meine Milch dem Volk zu geben. Das heißt, Kösem betreibt humanitäre Arbeit außerhalb des Istanbuler Palasts. Also sie hat eine Moschee gebaut, sie hat Waisenhäuser, Krankenhäuser und Gefängnisse besucht. Vor allem auch Waisenmädchen verholfen, also Waisenkinder, die Mädchen verholfen, irgendwie eine Zukunft für ihr Leben zu finden und die da irgendwie sicher zu wissen. Und hat auch in so einer Art Soup Kitchen, also in der Essensausgabe für Obdachlose immer mal hingeschaut und da was organisiert und so. Meine Fresse, die war aber mutig. So, who is the next Sultan? Who is gonna be next? Nix in line ist jetzt der elfjährige Murat. Ah, okay. Einer ihrer Söhne. Einer ihrer Söhne, ja. Ja, der regiert natürlich mit elf Jahren auch nicht selbst, sondern die Mama wird gerichten, die Mama macht das und jetzt startet sozusagen ihre Ära. Das heißt, sie war ja bisher schon Fadenzieherin und hat sich immer wieder mal in Regierungsgeschäfte eingemischt, war super gescheit, wurde ja gut erzogen in dem Harem. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin dazu gesagt habe, aber sie wurde eben, als sie nach Konstantinopel gekommen ist, hat sie die Sprache gelernt, ist sie konvertiert worden, hat extrem viel gelernt und ja, schlaue Frau einfach auch. Da hat sich ja eben auch der Ahmed deswegen auch in sie besonders verliebt. Und jetzt beginnt aber ihr Momentum, jetzt wo ihr Sohn an der Macht ist, jetzt ist in Wirklichkeit sie die Regentin. Sie war nun die mächtigste Frau des Osmanischen Reichs und das ist groß. Er streikte sich von Saudi-Arabien und Jemen über die Nordküste Afrikas, von Ost-Anatolien und Persien über Osteuropa bis kurz vor Wien. Ja, also mit Wien im Hinterköpfchen, da wissen wir glaube ich so ein bisschen was, was da geschichtlich passiert ist. Angeblich hat sie ihren Sohn nicht nur beraten, sondern so richtig Micromanaging betrieben. Also sie hat sich bei Besprechungen, bei politischen Besprechungen, die er führen musste, auch hinterm Divan versteckt und so, und ist so hinterm Vorhang gestanden und hat ihm so zugeflüstert, das musst du sagen. Oh Gott, eine Übermutter. Ja, so musst du regieren und so und so, das musst du sagen, wenn das passiert, so musst du reagieren und so, ja. Er hat das ja irgendwie auch genossen, dass seine Mutter so viel Bescheid wusste, vor allem eben als er so jung war. Er war noch sehr jung, ja. Genau, und die zwei, also der Murat und die Mutter, haben so typische Mother-Son-Activities gemacht, Bagdad erobert und so Rebellen zurückgetrennt. Was man halt so macht am freien Wochenende. Genau, wenn man mal Zeit hat, so zwischendurch. Also fünf Jahre lang ging das ziemlich nice dahin, bis der Murat eben groß genug war, seine eigenen Entscheidungen treffen zu wollen. Und dann hat er der Mamsch mehr oder weniger gesagt, sie soll die Groschen halten, so, und er checkt das jetzt schon alles selber und ich packe das jetzt alleine. Undankbare Teenager. Aber er hat sie doch immer wieder noch nach ihrem Rat gebeten. Und ja, also wie Söhne halt so sind. Wenn sie nicht mehr weiter wissen, dann fragen wir halt die Mama. Wenn der Hut wirklich brennt. Genau. Oh, Alter. Like a mother, like a son. Er war auch schon mordlüstern AF, der Kerl, und galt als der blutrünstigste Sultan des Osmanischen Reichs. Ja, keine Geduld mehr, die Family. Jetzt jedes Mal, wenn jetzt nicht, jedes Mal, wenn irgendwas nicht passt, gleich Exekution. Ab mit dem Kopf. Ab mit dem Kopf. Schau, jetzt kann man schon wieder Schnapsal trinken. Jedes Mal, wenn ein... Ja, eine Referenz auftaucht. Wenn eine Referenz an eine alte Folge auftaucht. Na, kannst du dir vorstellen. Also, er bringt alle um, die irgendwie gegen ihn sind. Und, pass auf, jetzt übertreibt es wirklich ein bisschen sehr. Mhm. Er verbietet Tabak und Kaffee. Na, gib bitte. Kaffee, weißt du? Oida, Kaffee. Oida. Womit er aber kein Problem hat, ist Alkohol. Und das wird ihm aber auch selbst zum Verhängnis. Ein Säufer wird aus ihm. Er bekommt Leberzirrhose. Auch eine Krankheit, die wir auf unserem Podcast schon mal gehört haben. Ja. Und er stirbt mit 28 Jahren. Okay, wow. Der Murat selbst hat keine Nachkommen. Und seine Brüder sind mittlerweile auch schon tot. Der Einzige, der noch lebendig ist, ist der Ibrahim. Und Ibrahim lebt, weil Kösem, die Mama, ihm eingeredet hat, er soll ihn begnadigen, so, eben wieder mal in Isolation. Also, man kann sich schon denken, wie er seine Kindheit verbracht hat, auch alleine. Und das hat seiner Psyche eben nicht gerade ein angenehmes Zuhause gegeben. Der Murat hat anscheinend einen letzten Wunsch im Sterbebett gehabt. Und zwar, dass Ibrahim umgebracht wird. Also, er wollte lieber, dass das Sultanat mit ihm untergeht, als dass ein Verrückter, ein angeblich Verrückter, in die Position des Sultans kommt. Oh Gott, but why? Okay. Aha, okay. Also, der gilt damals als offiziell verrückt. Ja. Ich sage gleich mehr zu ihm. Kösem will aber, dass er lebt, weil sie Regentin bleiben möchte. Also, sie möchte an der Macht bleiben. Ibrahim hat zu Beginn auch gar nicht geglaubt, dass er Sultan werden soll. War sich sicher, dass das eine Falle von Murat ist, vom Bruder. Der ist ja wahrscheinlich noch gar nicht tot und so weiter und so fort. Und hat anscheinend auch erst geglaubt, that they're for real. Also, dass die wirklich wollten, dass er Sultan wird, als er seinen Leichnam sich angeschaut hat. Und dann hat er den Thron akzeptiert. Großvisier zu dieser Zeit übrigens, Kara Mustafa, der uns auch was sagt. Wenn wir in der österreichischen Geschichte kurz mal was zu Belagerung Wiens gehört haben. Der Ibrahim wird also jetzt Sultan. Bei seiner anfänglichen Regierungszeit steht wieder einmal Kösem hinter allen Entscheidungen. Bis, ähnlich wie bei Murat, er irgendwann selber alles machen will und sagt, Mama, heute Gorschen. Er schmeißt sie quasi hohen Bogens hinaus. Und ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass Murat nicht wollte, dass ein Verrückter regiert. Und Ibrahim gilt in den Geschichtsbüchern als Ibrahim der Irre. Ibrahim the Mad. Er hat eine sehr schwierige mentale Verfassung gehabt. Und das hätte auch den Untergang des Osmanischen Reichs herbeiführen können. Er hat sich anscheinend Diamanten in den Bart gesetzt. Und er hat sich auch Diamanten an die Schuhe setzen lassen. Er hat Räume mit Fell auslegen lassen für eine seiner Konkubinen. Es gab auch machtgeile Frauen eben wieder in diesem Harem. Allen voran eine armenische Konkubine. Angeschafft für Ibrahim. Der anscheinend sehr auf füllige Frauen stand. Und im ganzen Reich nach der dicksten Frau suchte. Und dann ist die zu ihm gebracht worden. Die erhielt den Spitznamen Zuckerwürfel. Die Mami, die Kösem indessen, will sich das alles nicht mehr bieten lassen. Dass ihr ständig ihre Position weggenommen wird. Weil der Ibrahim schubbt sie weg. Und im Harem sind alle machgeil. Und sie sagt, ich habe hier die ganze Zeit regiert. Ich bin eigentlich diejenige, die alles macht. Und die den Job hinkriegt, wie ihr hinhört. Sie plant auch, den Ibrahim vom Thron zu stoßen. Seine schlechten politischen Entscheidungen machen es allen aber sehr leicht zu sehen, dass er gestürzt gehört. Und anscheinend nicht nur das, er wird auch exekutiert. Ich meine, es ist schwer nachzuvollziehen, wie sie gegangen ist. Mittlerweile sind alle ihre Söhne tot. Ihr Mann ist tot. Es wurde hinter ihren Rücken gedreht, geschraubt. Alle wollten sie weghaben. Und sie hat sich wieder zurückgegraben, mehr oder weniger, in den Palast. Und hat vieles irgendwie geschafft. Und hat dann irgendwie nebenbei auch humanitäre... Also es ist irgendwie schwer nachzuvollziehen, dass da alles abgegangen ist. Aber es wird ja natürlich sehr viel Manipulation nachgesagt. Ja, wer kommt als nächstes? Jetzt sind alle Söhne schon mal tot. Und wer bleibt da noch? Wer bleibt da noch? Wer jetzt als nächstes kommt, ist der Mehmet. Und der Mehmet ist ein Enkelsohn von ihr. Das ist einer der Söhne von Ibrahim. Ah, von Ibrahim. Okay, die nächste Generation. Die nächste Generation, ja. Und jetzt ist sie die Fadenzieherin als Großmutter. Also die Bouygues Validee wird sie genannt. Also die Validee Senior. Und das hat es vor ihr und nach ihr nie wiedergegeben. Dass quasi die Großmutter die Regentin ist, sozusagen. In Wirklichkeit hat sie bis dahin jetzt schon 30 Jahre lang regiert. Let's be honest. Also zwischendurch mal kurz nicht. Aber sie war eigentlich durchgehend, war sie diejenige. War sie die politische Antreiberin. So, und als Mehmet an der Macht war, she had met her match. Weil die Mutter von Mehmet, also ihre Schwiegertochter sozusagen, die hieß Turhan Hatice. Und die war fast genauso machthungrig wie sie selbst, wie die Köse. Lass mich raten, sie verstehen sich wiederblendend. Ja, sie versteht sich wiederblendend, natürlich. Nein, also daraufhin wollte die Köse wieder einen anderen Regenten, und zwar einen anderen Enkelsohn, den Süleman. Weil dessen Mutter viel, wie sagt man, zahmer, viel zahmer ist, viel ruhiger. Die war einfach nur happy, dass sie dabei sein durfte. Ja. Und hat sich eben nicht so zur Wehr gesetzt. Ja. Nicht so eingemischt. Genau, hat sich nicht so eingemischt. Aber die Turhan, die Mutter von Mehmet, kam ihr zuvor, hat mitgekriegt, dass sie plant, den Süleman, statt den Mehmet, an den Thron zu setzen, über die Turhan hinweg zu gehen. Oh my God, she's gonna die! Die Turhan, die Schwiegertochter von ihr, hat Leute angestellt, sie zu ermorden. Hat sie ermorden lassen, die Köse. Oh, das kam jetzt abrupt. Das kam jetzt abrupt. Ich meine, es war ständig irgendwie immer wieder mit dabei, aber... Ja, klar, die Gefahr war wahrscheinlich ständig da bei dem Leben. Vor allem der seidenen Strick war immer... Also man wurde erdrosselt, gehängt mit dem sogenannten seidenen Strick eben, dass das irgendwie so Gang und Gäbe gewesen, dass die Ermordungen auch oft so stattgefunden hatten. Okay, und so wurde sie auch umgebracht. Genau. 1651 ist sie verstorben im Alter von entweder 61 oder 62 vermutlich. Sie war eine der mächtigsten Frauen im Osmanischen Reich. Eine Entscheidungsträgerin, eine Politikerin, eine humanitäre Projektbefürworterin. Und hat halt eben viel gestartet. Gefällt dir meine Wortkreation? Ja, sie war doch so viel mehr. Nichtsdestotrotz wird sie eben in der Geschichte sehr stark als manipulativ wahrgenommen. Und es kann sein, dass sie manipulativ war. Sie hat maßgeblich auch ihre Kinder beeinflusst. Letztlich beeinflussen oder manipulieren alle Eltern ihre Kinder, ob sie da sind oder nicht da sind. Irgendeine Formgebung gibt es durch die Eltern. Aber bei Frauen habe ich das Gefühl, gerade wenn sie an der Macht sind, wird das einfach noch mal viel mehr rausgestellt. Oder noch viel mehr noch mal drüber gestrichen. Übrigens, ja, sie war an der Macht, aber sie war halt auch manipulativ. Was vielleicht irgendwie so die gleichen Taten dann bei Männern vielleicht wieder so ein anderes Adjektiv zugeschrieben bekommen würden. Ja. Das ist halt irgendwie strategisch oder so. Genau. Was echt positiver klingt. So ist es. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, unterhalte ich mich heute gerne mit dir einfach über diese Thematik Manipulation. Über Manipulation. Tschingel. Bitte, nicht schon wieder Feminismus. Emotionale Manipulation ist ja das eigentliche Thema auch für uns. Und die emotionale Manipulation ist ja etwas, was man, glaube ich, oft sehr schwer entdecken oder beobachten kann. Ich glaube, oft ist es auch wahrscheinlich so, dass die Manipulierenden selber vielleicht gar nicht mitbekommen, dass sie gerade emotionale Manipulation betreiben. Ich glaube auch, dass es oft passiert. Ich glaube auch sehr wohl, dass es beides gibt, aber dass wahrscheinlich doch gerade so, wenn wir sagen, emotionale Manipulation jetzt zum Beispiel im Familien- oder im Beziehungskontext, dass da wohl hoffentlich seltener jemand ist und sich strategisch überlegt, was für Schritte mache ich jetzt, um mein Gegenüber zu manipulieren, sondern dass das was ist, was auf irgendeine Art und Weise dann intuitiv passiert. Und dass eigene Muster sind, denen man sich auch selber bewusst werden muss, dass man gerade manipuliert. Ja, also Verhaltensmuster, die man irgendwie durchläuft, wenn man gerade emotional manipuliert, hat sicher irgendwo auch was damit zu tun, ob ich mich ausdrücken kann, emotional ausdrücken kann, so wie ich das meine. Ja. Das ist auch oft ein Ergebnis der sogenannten kognitiven Dissonanz. Das bedeutet eigentlich lediglich, dass du mit dir selbst im Konflikt stehst, dass in dir drinnen irgendwie so ein innerlicher Kampf abgeht, weil du vielleicht eine Absicht hast oder einen Wunsch hast und deine Wahrnehmung, deine Gedanken und deine Meinungen oder so stehen ja irgendwie im Gegensatz dazu. Ich bin, man hört schon heraus, keine Psychologin und ich möchte vorweg vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir hauen auf nichts mit der Faust auf den Tisch und sagen, so ist es. Also ich sage zwar sehr oft, so ist es, aber gerade im psychologischen Feld. Das sage ich nie, so ist es. Ich meine nur, also gerade, wenn es um Psychologie... Manipulierst du hier gerade? Ich manipuliere gerade total. Nein, aber wenn es um Psychologie geht und man irgendwie das Gefühl hat, ah, okay, ich verstehe jetzt, dass ich jetzt irgendwie behaupten würde, okay, wir kommen jetzt drauf, dass meine Eltern mich emotional manipuliert haben, weil die Vera und die Stefanie haben ihnen das und das gesagt. Genau, wir geben hier kein Werkzeug zur Analyse von Leuten im Umfeld oder so und wir unterstellen auch niemanden, dass er oder sie so etwas tut. Aber wir stellen sie eben sehr gerne zur Diskussion und falls ihr auf irgendwas drauf kommen solltet oder euch irgendwelche Verhaltensmuster bekannt vorkommen sollten, dann verweisen wir natürlich wieder an die Profis zurück. Aber ich fand dieses Video, was ich gefunden habe, sehr hilfreich. Das ist von einer YouTube-Seite, das nennt sich Psych2Go und die haben zehn Zeichen ausformuliert, die darauf hindeuten können, dass man manipulative Eltern hat. Das erste Zeichen wäre, dass du ständig von deinen Eltern mit anderen Geschwistern, Verwandten oder Freunden verglichen wirst. Da fällt mir gerade wieder ein, das ist eh einer meiner Lieblingssprüche. Der Kierkegaard, sagt dir sicher auch was, oder? Ja. Der hat irgendwie, glaube ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr Wort für Wort, aber vom Kontext her ungefähr so, der größte Feind des menschlichen Glücks ist der Vergleich. Also sich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen ist sowieso schon mal irgendwo fehlerhaft, aber wenn du drauf kommst, dass deine Eltern dich vielleicht mit anderen Leuten ständig vergleichen oder anderen Kindern, Geschwistern, was auch immer vergleichen, dann könnte das als emotionale Manipulation bezeichnet werden. Der zweite Punkt ist, wenn sie dich so erziehen, dass du nicht unabhängig sein kannst. Ja. Also wenn du merkst, ich schaffe nichts alleine, weil ich nie gelernt habe, weil mir nie Werkzeuge dafür gegeben wurden, mich selbstständig aus einer Situation, ja, mich da durchzuwurschteln oder mit einer Situation umzugehen, weil jedes Mal, wenn ich ein Problem hatte, sind die Eltern dann so, jetzt komm her, ich mach das jetzt schnell. Ja. Ach, komm, ich schreibe da jetzt die Lösung für die Mathematikaufgabe oder was auch immer, ja. Ja. Aber wenn sich das so durchzieht und du halt merkst, okay, ich kann mit Konfliktsituationen eigentlich gar nicht umgehen oder wenn sich mir ein Problem eröffnet, dann habe ich noch nicht geschafft, selbstständig damit umzugehen und das liegt vielleicht daran, dass ich mit meinen Eltern das nie gelernt habe. Was dann vielleicht auch etwas damit zu tun hat, dass die Eltern dann einen auch nochmal mehr an sich binden wollen wahrscheinlich, oder? Also dieses, wenn ich jemanden habe, der einfach unselbstständig ist, habe ich länger jemanden, um den ich mich kümmern muss, wo ich irgendwie retten kann. Ja. Der zweite Punkt ist, dass sie dir ständig Schuldgefühle machen, also immer mit diesem, mein Lieblingssatz irgendwie aus dem Amerikanischen, habe ich das zum ersten Mal gehört, look what you made me do. Ja. Das ist so, ich meine, das gibt es bei uns also, okay, bitte, schau dir an. Dann schau, das habe ich jetzt wegen dir gemacht. Ja, das habe ich jetzt wegen dir gemacht. Ah, mir macht es selber überhaupt keinen Spaß, das zu machen. Es ist für mich genauso schlimm wie für die. Also so, das sind so diese Schuldzuweisungen irgendwie von wegen, also du fühlst dich dann schuldig, dass du ein Problem hast. Oder dass du dann halt, das ist zum Beispiel auch so eine, ja, das ist ein Problem, aber schau dir die Kinder in Afrika an, denen geht es viel schlimmer. Ja, so, zum Beispiel. Whataboutism. Ja, genau, genau, whataboutism ist ein schönes Wort dafür. Also was ich meine ist, dass du dich schuldig fühlst oder dass deine Eltern das vielleicht so machen, dass du dich schuldig fühlst, weil du ein Problem hast und dein Problem aber eigentlich gar nicht groß ist. So, oder so abgeschrieben wird, als es ist nicht groß, aber deine Probleme sind deine Probleme und du musst lernen, damit umzugehen und für dich sind sie vielleicht groß auch. Dass sie dann nicht zu ernst genommen werden. Genau, dass du nicht ernst genommen wirst innerhalb deiner Probleme, aber eben dieses Schuldding, ja. Ja, sie erwarten Unrealistisches von dir, das kommt auch oft genug vor, also dass sie sagen halt, sie setzen die Ziele höher, weil du dann halt mehr vorantreibst, aber du hast dann irgendwie das Gefühl, ich kann nie ein Ziel erreichen, ich kann mich nie ausruhen und sagen, ich kann stolz darauf sein, was ich bis jetzt geschafft habe, weil meine Eltern die Ziele immer sehr viel höher stecken. Also ich bin nie gut genug. Genau, man hat das Gefühl, man ist nie gut genug. Dann ist noch so ein Punkt, wenn sie alles über sich selbst machen, also es geht nicht um dich oder um dein Kind, sondern es geht darum, dass du die gute Mutter bist oder dass du die schlechte Mutter bist, weil das Kind das macht. Ja. Also sie definieren sich dann quasi über dein Kind oder wenn dein Kind halt irgendwie einen Preis gewinnt, dann bist du die Preisträgermutter und nicht das Kind ist der Preisträger. Ja, nicht das Kind steht im Zentrum. Genau. Sechster Punkt ist, sie machen dich nieder, sie machen dich runter, sie machen dich klein und die wissen, was für einen Knopf sie drücken müssen, damit du auszugst, damit du zum Heulen bringst, damit du dich schlecht fühlst und wenn das einfach ständig wieder absichtlich verwendet wird, um das zu bekommen, was sie wollen. Ja, alleine dieser Unterschied Erwachsene und Kinder bedeutet ja schon, dass Erwachsene einfach leichter sich ausdrücken können, tun können, was sie gerade wollen und fühlen und damit ein Kind immer in die Ecke treiben können, wenn sie das wollen. Ja, dann wäre noch ein Punkt, dass sie dich mehr wie ein Objekt als wie eine Person betrachten, behandeln. Das ist, glaube ich, sehr selbsterklärend. Ja. Sie respektieren deine eigenen Grenzen nicht. Ob das jetzt körperliche Grenzen sind oder eben auch emotionale Grenzen, wo sie merken, okay, ich komme schon an einen Punkt und übersteige sie aber trotzdem, um sie eben dann wieder in diese Emotionalität zu bringen. Sie lieben dich nicht bedingungslos, die Eltern, sondern knüpfen ihre Liebe immer an irgendwas. Also am schlimmsten ist dann natürlich der Satz, wenn du jetzt nicht mehr einschlafen gehst, dann habe ich dich nicht mehr lieb oder sonst was. Ja, okay, das ist schon krass, der Satz. Ich weiß nicht, ob sowas noch fällt heutzutage, aber das wäre halt so das krasseste Beispiel. Ich glaube, das hat nichts mit heutzutage zu tun, sondern mit manipulativ oder nicht. Ja, eh, eh, hast du recht. Genau. Und dann wären wir schon bei der Nummer 10 angelangt von so Anzeichen von emotionaler Manipulation und das nennt sich Gaslighting. Ja, und da kretsche ich jetzt rein und erkläre ein bisschen den Begriff Gaslighting. Der Name kommt ursprünglich von einem Theaterstück aus den 30er Jahren bzw. der Verfilmung aus den 40er Jahren. Das war eine Verfilmung mit Ingrid Bergmann. Der Film hieß Gaslight. Und es ging in dem Film um einen Mann, der über einen längeren Zeitraum hinweg seiner Frau immer wieder das Gefühl gibt, sie wäre verrückt, um an ihre Juwelen ranzukommen. Und das macht er unter anderem, indem er das Gaslicht im Haus immer wieder so umstellt und sie dann eben glaubt, sie wird wahnsinnig, weil das Licht sich so ändert. Oder er sagt, er sieht das nicht. Irgendwie so ist das. Das heißt, es geht darum, der anderen Person das Gefühl zu geben, dass die eigene Wahrnehmung nicht der Realität entspricht. Ich meine, das passiert auch in Beziehungen oder so, oft im ganz Kleinen. Da ist es noch nicht, also da ist es zwar das gleiche Muster, aber da ist es jetzt nicht Gaslighting per se. Wenn man zum Beispiel, bleiben wir beim Eltern-Kinder-Kontext, wenn ihr dann irgendwie so ein, na geh, da brauchst du dich nicht aufregen, na geh, das ist doch nichts. So eben die eigenen Sorgen, wie das vorher auch schon der Punkt war, die einfach klein zu machen oder immer wieder sagen, du spinnst. Und in Beziehungen ganz oft geht es auch in eine Richtung dann, dass man dann immer so, du kannst froh sein, dass du mich überhaupt hast, das bildest du dir alles nur ein, wenn es zum Beispiel irgendwie um Betrug oder so geht. Einfach immer der anderen Person das Gefühl zu geben, dass das total, die eigene Meinung total überzogen ist, überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Auch fallen oft Sätze wie, ja, die anderen finden das ja auch schon, dass du ganz komisch geworden bist, aber es traut sich dir keiner zu sagen. Bis halt die Person, die gegastleitet wird, sich nicht mehr auf sich selber verlassen kann, weil sie so verunsichert ist. Da geht es darum, dass dann die Opfer an der eigenen Psyche auch zweifeln. Genau, ja. Darum ist auch eine Taktik von Leuten, die gegastleiten, dass sie halt versuchen, die Leute, die sie gegastleiten, so weit wie möglich zu isolieren. Also angenommen, Beispiel, der Mann gegastleitet die Frau, schaut er halt, tun nichts, dass die vielleicht irgendwie weniger mit ihren Freundinnen macht, sondern dass er der einzige Bezugspunkt bleibt, weil sobald von außen irgendwie jemand draufschaut, ist es halt, Gästleitling immer sehr schnell und sehr klar zu identifizieren und dann würde halt das relativ schnell auffliegen oder relativ schnell würde jemand sagen, so, hey, bist du wahnsinnig, nein, natürlich hast du recht mit dem, was du sagst. Na, servus. Als ich angefangen habe, dieses Thema zu recherchieren, Stefanie, du weißt schon Bescheid, ich habe es dir vorhin erzählt, in dem Moment, wo ich versuche, da Statistiken zu finden oder irgendetwas zu beleuchten von manipulieren Frauen vielleicht anders als Männer, wie manipulieren Frauen, wie werden Frauen anders manipuliert. In dem Moment, wo man sich auf die Suche begibt und einfach nur den Begriff jetzt Frauen und Manipulation zum Beispiel angibt, kommt man in ganz gefährliche Welten, weil es fast ausschließlich nur um Artikel geht, um Videos geht, um Möglichkeiten geht, so wie kann ein Mann eine Frau so manipulieren, dass sie mit ihm ins Bett geht. Ja, großes Thema im Internet, also ich habe dann eben auch recherchiert, bin auf das Gleiche gestoßen und also da tun sich ja, da tun sich auch wieder Abgründe auf. Ich meine, wir sprechen öfter irgendwie schwierige Themen an, aber das war so eins, wo ich mir echt so dachte, Da wird es schlecht, oder? Die wird schlecht, aber ich dachte mir auch so, das ist sowas, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass es da Foren gibt und Publikationen und Geheimdienste. Manche machen das sogar beruflich, also wir sprechen von dem großen Begriff Pick-up-Artist. Bist du immer die Schuhe auf? Ja. Was groß geworden ist, ich glaube, in den letzten fünf bis zehn Jahren. Ja, also 2007 kam das auf in den USA, in L.A. als ein Selbsthilfe-Trend. Und auch, dazu komme ich aber dann später auch nochmal, als Antwort auf die Emanzipation. Ich lehne dich zurück, Vero, und genieße. Oh, immer dieses scheiß Emanzen. Für alle, die das Glück hatten, diesen Begriff bisher noch nicht gehört zu haben. Es geht um Pick-up-Artists. Vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen, die einzelnen Männer, manchmal auch in Gruppen, die sich in Fußgängerzonen herumtreiben. Das ist ja noch nichts Abnormales. Was machen die denn in Fußgängerzonen? Männer in der freien Öffentlichkeit, die trauen sich da alleine raus. Ja, nein, aber wenn sie da in Gruppen auftreten und mit einstudierten Sprüchen Frauen ansprechen, dann kann man sich schon mal ein bisschen wundern. Und dann irgendwie da Flirtgespräche führen, Telefonnummern erfragen, Dates ausmachen wollen. Dann handelt es sich wahrscheinlich um Pick-up-Artists. Das an und für sich klingt jetzt noch nicht besonders, also klingt vielleicht schräg, und würde man sich vielleicht auch irgendwie denken, so, okay, ja, das spricht mich jetzt eben gerne an, interessiert mich gerade überhaupt nicht. Das klingt jetzt noch nicht so besonders gefährlich. Aber das Ganze, was dahinter steckt, ist doch ziemlich fraglich, finde ich. Das Hauptziel dieser Männer, beziehungsweise eigentlich der Coaches, weil viele Männer, die diesen Service unter Anführungszeichen in Anführungszeichen nehmen, nutzen den auch wieder anders. Dazu komme ich dann auch noch später. Aber das Hauptziel dieser Coaches zumindest ist, dass so viele Frauen wie möglich flachgelegt werden, um es einfach mal so zu sagen, beziehungsweise auch eine Telefonnummer zu bekommen oder ein Date zu bekommen, das ist alles irgendwie schon so ein Projektabschluss für die, weil es wird wirklich businessmäßig hier aufgezogen. Diese Coaches sind bekannt durch YouTube-Videos, durch Publikationen, durch Bücher, durch Foren. Es gibt absurd große Foren, wo Männer, die gerne Pick-up-Artists wären, sich herumtreiben und da irgendwie Tipps austauschen und halt auch irgendwie der Umgangston oder die Sprache, die da für Frauen verwendet wird, einfach auch sehr grausig ist. Grausig, to say the least. Zutiefst misogyn wahrscheinlich. Ja, zutiefst misogyn. Die ganzen Fachvokabeln, die da verwendet werden, auch hier wieder unter anderem Zeichen, zum Beispiel, wenn man sich da auf die Jagd begibt, ich nenne es jetzt mal Jagd, weil irgendwie ist es so eine absurde Situation, sprechen die davon, ein Set zu eröffnen. Frauen werden als Targets bezeichnet. Die werden dann natürlich auch irgendwie optisch eingeteilt. Da gibt es die HBs, das sind die Hot Babes. Oder die UBs, das sind die Ugly Babes. Auch mit einer Skala von 1 bis 10. Wollte gerade fragen, sicher mit Einteilung. Ja, genau. Und der Jackpot für Pick-up-Artists ist natürlich, wenn du eine Frau mit LSE, Low Self-Esteem, aber HSD, High Sex Drive, findest. Daddy Issues oder sowas, ne? Zum Beispiel, ja. Das Ziel, wir haben es schon angesprochen, das ist ein FC, oder Fuck Close. Damit eben wird das Ganze abgeschlossen. Und danach empfehlen sie ein FTOW, Fuck 10 Other Women, damit man sich ja nicht emotional an die Frau bindet, mit der man gerade geschlafen hat. Also Sport, mehr oder weniger, aus dieser Sache machen. Genau, also Sport, ja. Beziehungsweise es ist einfach eigentlich auch für diese Männer, die das Ganze ins Leben rufen und die da Coaches sind, für die ist es halt einfach wirklich ein Business. Die leben davon, dass sie Männern, die jetzt vielleicht eher zum Beispiel Außenseiter sind, oder die nicht so selbstbewusst sind, die sich denken, ach, sie würden auch gerne auftreten können und irgendwie mit einer Frau einfach so reden oder hätten auch gerne eine Freundin oder so. Das sind deren Opfer. Also diese Pick-up-Artists, Coaches haben einfach zwei Opfer. Das eine sind die Frauen. Und das andere sind die Männer, denen sie das Geld aus der Tasche ziehen. Weil da werden teure Bücher und teure Videos und Einzelcoaches, die irgendwie über 100 Euro, Dollar pro Stunde kosten. Ja, es ist Geldmache über ein geringes Selbstbewusstsein eigentlich. Genau. Und also eben jetzt nicht nur über das geringe Selbstbewusstsein bei den Frauen, sondern auch das geringe Selbstbewusstsein bei den Männern. Eben, ja, das habe ich je gerade gemeint. Also das Geld kriegen sie ja von den Männern. Und diese Männer haben sicher auch vorrangig ein sehr kleines Selbstbewusstsein. Wenn du dann gecoacht bist und dann Selbstbewusstsein eben über diese Möglichkeiten. Ach, was für ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft du geworden bist. Honestly. Aber eben darum habe ich das auch vorher gesagt. Es gibt definitiv auch Männer, die halt da in die Fänge von Pick-up-Artists kommen, die eigentlich nur auch eine liebe Frau kennenlernen wollen und eine Freundin haben wollen. Also nicht alle, die das dann machen, wollen wirklich einfach in die Fußgängerzone gehen und reihenweise einfach Frauen verführen. Nicht alle Frauen sind hetero und nicht alle Männer sind hetero. Das wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Das stimmt, ja. Aber da geht es in erster Linie um heterosexuelle Männer. Da geht es um heterosexuelle Männer, die auf der Suche nach Frauen sind. Das ist auch ganz klar, also das ist auch ein Mann-Frauen-Bild. Das war schon in den 50er-Jahren überholt. Also diese Taktiken jetzt, weil da geht es natürlich auch, da kommen wir jetzt auch zum Manipulationsthema. Die Flirt-Tipps, die da vermittelt werden, eben es geht darum, dann irgendwo im Club oder in der Fußgängerzone oder so irgendwelche Frauen anzusprechen und einfach das Gespräch zu beginnen. Und als Öffner nehmen die ganz oft diese Kombination aus Kompliment und Beleidigung. Ja, das habe ich schon gehört. Eigentlich stehe ich nicht auf fette Frauen, aber du bist irgendwie ganz hübsch. So, oder? Ja, du hast total schöne Augen, weil eigentlich bist du ja gar nicht mehr die Jüngste. Das sind Beispiele. Also man kann da x-beliebige objektivierende Äußerlichkeiten irgendwie einfügen jetzt, aber so ungefähr funktioniert das. Da geht es darum, das Selbstbewusstsein des Gegenübers zu schwächen. Lift her up and push her down. Ja, ja. Mich interessieren dann manchmal auch die Hintergründe von diesen Pick-up-Artists. Sind das dann Soziopathen oder sind das Psychopathen? Haben die einfach selber irgendwelche Mami-Issues? Ich weiß es ja nicht. Oder brauche ich einfach Geld und denke mir, Leute, die kein Selbstbewusstsein haben, sind halt einfach schnelle Geldmacher. Bin ich da einfach ein Arschloch? Ich weiß, also ich finde so diese Galleonsfiguren, die es da in dieser Szene gibt, da ist auf jeden Fall grüber was. Was los. Was los, ja. Ja, das glaube ich auch. Ich habe da irgendwie auch so Artikel von Blogs gelesen. Also da greift so, ich bin gar nicht so tief reingegangen in diese Materie, aber allein auf der Oberfläche habe ich mir schon gedacht. Also ich wollte dann auch nicht tiefer dann irgendwie. auch so Tipps wie halt Blickkontakt halten. Diese Männer wollen einfach Alphas werden. Auch ein Begriff, der von demjenigen, der diesen Begriff geprägt hat, auch wieder widerlegt wurde, by the way. So was wie Alpha gibt es nicht. Aber ja. Da gibt es ja auch, von wem ist das, ist das von Kollegah? Oder irgendein Rapper ist so abgebogen in Richtung, wie du ein Alpha wirst. Und man hat, der macht auch so. Ja, das macht Sinn, das wird zu ihm passen. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein anderer. Also der wurde von der Emma zum Sexist Man of the Year gekrönt. Weil seine Texte ja nicht nur sexistisch, sondern auch homophob und antisemitisch. Alles, alles, was du dir wünschst, hast du bei ihm. Kollegah. Das ist Alpha, die zehn Bossgebote. Also der ist auch in dieser Alpha, der ist in dieser Richtung irgendwie abgebogen. Oh Wunder. Ich bin total schockiert. Das hätte ich mir nie von ihm gedacht. Um jetzt von seinen Bossgeboten wegzukommen. Lange Blickkontakt zu halten, zeigt halt auch, dass du ein Alpha und Dominant bist. Das beeindruckt die Frauen. Im Gespräch immer wieder den Namen zu nennen, schafft Vertrauen. Stefanie schaut mir gerade ganz tief in die Augen. Und ich dann seinen Namen wäre. Mit meiner sexiest Stimme, die ich auf Lager habe. Wow. Und auch so um Gefallen zu bitten, beziehungsweise das Gegenüber in einen investieren zu lassen. Im Sinne von Zeit, wenn man lange mit jemandem schreibt oder redet. Oder auch kannst du kurz auf meinen Hund aufpassen. Und kurze Berührungen. Gerade Hunde sind ja Chick-Magnets. Werden da wahrscheinlich auch genutzt, oder? Dass man in den Anträgen sagt, kauf dir einen kleinen Hund. Frauen fliegen drauf. Ach, die armen Hunde. Ja, wie gesagt, sie nennen sich auch selber die Antwort auf die Emanzipation. Und sie sagen, man muss die Frauen, die jetzt so stark geworden sind, vom Protest runterholen, damit sie wieder zu einem aufschauen. Und das ganze System funktioniert aber so, dass, wenn die mit diesen Tipps scheitern, ist nie der Coach daran schuld oder das System schlecht, sondern dann war das ihr Fehler und sie müssen einfach weiter üben und mehr üben und noch mehr Einzelcoachings machen. Of course. Ja, ja. Natürlich. Und damit kommen die dann irgendwie auch nicht mehr wirklich gescheit raus aus der Nummer. Ja. Wahnsinn. Ich kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken. Ja, wir sind alle ständig Manipulation ausgesetzt. Und ich glaube, wir alle manipulieren auch. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Wir sind alle irgendwo. Also unbewusst zum Großteil. Und zu einem gesunden Maße, glaube ich, hat das einfach auch manchmal was mit Überlebenstrieb. Also das ist ja oft nicht so bewusst. Aber es gibt dann irgendwann einen Punkt, wo es halt pathologisch und grausam wird. Es gibt sicher auch irgendwie sowas wie positive Manipulation, um das nochmal kurz in eine andere Richtung rüber zu schwenken. Weil wenn ich jemanden dazu manipuliere, unter Anführungszeichen, oder jemandem irgendwie eine Serie empfehle beispielsweise oder ihnen sage, da gibt es einen Podcast, da reden zwei miteinander und die finde ich irgendwie... Also ich weiß nicht ganz, was ich will, aber zu Herrn will ich schon. Also wenn ihr eure Manipulations-Skills, die ihr jetzt in der Folge gelernt habt, ausprobieren wollt, dann geht in die Fußgängerzonen und erzählt den Leuten, wie toll Vibesbilder sind. Aber gar nicht so blöd. Also so Mundpropaganda ist ja auch irgendwo manipulativ. Und wenn die uns weiterempfehlen, freuen wir uns. Und dann habt ihr uns positiv manipuliert, sozusagen. Ja. Ja. Genau, genau. So ist es. Ja, wenn ihr uns schreiben möchtet... Die Vero hat noch kein einziges Mal die Mailadresse richtig gesetzt. Bei meinem Fokus. Ich schneide jedes Mal das raus. Dann machst du das dann. Wenn ihr uns Nachrichten zukommen lassen möchtet, dann könnt ihr das machen, indem ihr an uns beide schreibt unter info at vibesbilder-podcast.com. Oder ihr könnt uns einzeln schreiben, wenn ihr mir ein Mail schreiben wollt, indem ihr mir einen Tipp geben wollt und sagt, hey, mach doch mal dieses und jenes Vibesbild. Ich glaube, das könnte die Vero interessieren. Dann schreibt mir das an stefanie mit F at vibesbilder-podcast.com. Vizeversa für mich unter vero mit V at vibesbilder-podcast.com. Und dann könnt ihr uns natürlich bewerten. Und das wäre eigentlich das Optimale. Das wäre super, wenn ihr das machen würdet. Das Optimum. Das wäre so cool. Am besten jetzt gleich. Geht auf Apple Podcast. Hinterlasst uns eine Fünf-Sterne-Bewertung und schreibt uns was Nettes, wenn ihr Lust habt. Geht auf Spotify, wenn ihr dort zuhört. Folgt uns. Klickt auf den Folgen-Button. Auf das Herzl. Auf das Herzl. Herzl uns. Schreibt uns auf Instagram unter vibesbilder.podcast. Jetzt hat es wie Vibesbilder geklingelt. Vibesbilder. Wer hat Vibesbilder zu Boden? Unter vibesbilder.podcast. Einen wunderschönen Tag, Abend, whatever. Ihr lieben Bitches und Queens da draußen. Lasst es euch gut gehen. 1, 2, 3, JUMP! Zinger Marsch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.